Fotos sind Fluch und Segen zugleich. Es gibt kaum jemanden, der mit seinen Fotos auf Anhieb zufrieden ist. Meist wird eine bearbeitete Version auf Instagram gepostet. Damit Sie nach dem nächsten Posting nicht vor Peinlichkeit im Boden versinken, sollten Sie auf folgende Outfits setzen. Erstens, T-Shirts mit V-Ausschnitten sind total angesagt. Optisch setzt diese Form einen schlanken Hals in Szene und schmeichelt sowohl einem kleineren als auch einem üppigeren Dekolleté. Wer zumindest auf Fotos lieber weniger gut ausgestattet wirken will, sollte übrigens Shirts mit quadratförmigen Ausschnitten wählen. Zweitens, Schwarz zaubert schlank. Auch wenn im Sommer gerne knallige Farben angesagt sind, so manch eine Problemzone kann mit einem schwarzen Outfit leichter kaschiert werden. Wilde Muster können die Figur hingegen etwas verzerren. Punkt 4, transparente Stoffe haben auf Fotos absolut nicht den Sexappeal wie im Live-Anblick. Dazu kommt, im Blitzlicht können die zarten Kleidungsstücke überraschend viel Preis geben. Und zuletzt, aus dem richtigen Winkel können Maxi-Kleider eine traumhafte Figur zaubern. Man kann sich längere Beine schummeln und diese sexy in Form bringen. Wir hoffen, dass Sie mit diesen Tipps die Likes Ihres Instagram-Postings das nächste Mal in die Höhe treiben.